hier war doch irgendwo, hast du den Lithium spaß gefunden? nö, der ist hier nirgendwo ach du, du stehst drin! ach da! oh, den habe ich übersehen ein, ein Meister seiner Zucht passt mir auf, ja? so, nicht das ist übrigens kein Lithium, ne? das ist Laterit stimmt! Lithium sieht genauso aus, hat aber ne andere Farbe, scheiße mein Meister seiner Zunft hab ich gehört ja, ja, du bist schon ein König oh, fuck, ey wow, wow, wow ja, macht man nicht Lithium aus Malachit oder irgendwie, war das nicht so? jetzt versuch ich das nicht einfach schön zu reden Malachit, äh, Lithium findest du Lithium findest du einfach so? glaub schon bist du sicher? ja ok versuch ich hab hier, äh, Laterit viel herzlichen Glückwunsch viel davon aber das ist ja nicht, was wir suchen, ne? shit aber entweder aus Laterit oder aus Malachit war das Zeug ja, ich hab mal beides mitgenommen ich kann ja mal zurücklaufen das ist gut, ich komm mit ne, nicht laufen, wir fahren ich wollt grad sagen, laufen wir beide, lass das Fahrzeug gestehen genau wir laufen wieder zum Fahrzeug zurück ich bin drin ja, bei den Benzinpreisen heutzutage ja, vor allen Dingen, weil das mit Strom fährt ja ich sag dir überall abzocker boah, guck mal durch den Fahrtwind sammeln wir Energie mein Gott, das ist das Erste, weil ich das Ding gesehen hab voll geil, Sebastian, wir haben 5 Zuschauer Hallihallo wuuu hey nice die spielen bestimmt auch alle erst schon hier ja, die machen sich bestimmt gerade lustig über uns, wenn wir so genug sind ja, aber wir lernen ja noch so hier, wo willst du hin? ich weiß nicht, wo muss ich hin? hier, mach mal hier so Malachit auf den Zerschmelzer-Typ ah da ja sorry ganz fest aber daraus hä, nein daraus wird doch nur Kupfer und äh das Silberne Zeug hier ja, Alu oder nicht? ja, Aluminium sagste? ok ja, weiß ich nicht, soll ich mal auf Power gucken hier? nein, steck hier deinen grünen Schniepel da auch drauf so, jetzt gib ihm gib ihm wir haben nicht genug Platz dafür das ist Kupfer hallo Leute, mein grünes das war Kupfer mein grünes Ding? ja tja alles falsch tschoi Robin, tschoi boah wie geil, der Typ seinen Arsch bewegt hier ja, aber hatten wir nicht ne Lithium Probe? ja, die ist doch da Lithium, so ja hier ist Lithium bitte verarbeiten es nein wirklich? da fehlt, ohne Scheiß, da fehlt mit Sicherheit Dreck ich pump jetzt noch mehr Dreck da rein das Ding ist doch erst ha ah, ich hab was ja das Ding ist voll, wer weiß wie so, nein er braucht alles wow, ernsthaft? ja, er braucht wirklich den letzten Zipfel auch noch boah, und dann baut der ein Lithium ach nein, der erforscht das jetzt erst, ne? ich hoffe ach so, der braucht für die Forschung, muss ja immer voll sein so, jetzt wird hier schön geballert boah, krass ein Lithium ne Sebastian, wir brauchen mehr Dreck wie viel Lithium brauchen wir? zwei haben wir jetzt, komm wir können eine Batterie schon mal bauen ey, was ist das denn für ne paar Arsche okay dann haben wir nämlich so selten ist Lithium jetzt aber gut, dass wir uns immer eins übrig gelassen haben sonst hätten wir jetzt schon ja, das wär für wirklich im Arsch gewesen im wahrsten Sinne des Wortes so weeeee ey, geil Adventure Map wow, Sebastian, wir haben ne Batterie wahnsinn kannst du das denn auf die Mittelkonsole da stecken, da ist ja noch Platz perfekt boah, guck dir mal, wie fett die ist und die dreht sich sogar ja, die hat richtig Bock die verbrauchst du deine Energie damit, dass sie sich dreht das ist doch scheiße ey, geil high five fett, ja, warte, wie geht das? oh, verdammt warte nee das ist auch cool äh genau, du von oben, ich von unten ja, passt ja, alles klar weiter geht's verrückt so warte, ich hab leider nix zum verrücken oh ey, wir können weiter erforschen erforscht das ich, ich erforsche hier das DigiEye 2596 go boah, der Akku ist aber schnell leer was ist das denn? guck mal, wie der zieht wir brauchen mehr von den Dingern, Sebastian wir brauchen viel mehr ja ja, dann sammel mal Dreck ja, aber wirklich was ein Dreck, ey weißt du was? ja, genau ganz genau du hast das Problem im Kern erfasst aber wir brauchen einen wie, aus was baut man nochmal so ne Dreckbox? ne Dreck ha 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 so ne Box für Dreck so ein Gras für Dreck ha geil was denn? ne Dreckbox willst du einen von mich haben? ich brauche nur noch eine da hab ich drei ja, achso, ja ich hab schon drei ja, dann nimm doch hier irgendwie weiß ich nicht was kostet es denn Harz zu replizieren? oh Gott zwei ganze Ladungen nein, weiß ich nicht keine Ahnung ach, gar nicht mal so viel ja komm, dann geh ich doch jetzt einfach wieder Rasen mähen ich hab schon Rasen gemäht? glaub ich hab für eins ich glaub ich bin fertig mit der Welt das glaub ich auch sind wir jetzt eigentlich immer noch auf der Jagd von auf der Jagd nach lukrativen Forschungsdingern oder was machen wir jetzt? würd ich sagen, ja gut dann schwingen wir uns aufs Gefährt würd ich sagen, oder? weil als nächstes würd ich das große Energieerzeugungsrotorgerät erforschen wollen wenn nix dagegen ist doch nicht den Rover? ja der Rover ist krass teuer indeed da macht grad erst mal so'n Vogel an meinem Fenster voll die Randale kann man ja mal ein Randale-Specht so so, oh Robin, wir sollten losfahren, der Sturm kommt okay ach so, ich sollte nicht die Konsole mit ins Auto nehmen aber ich warte echt nur noch auf den Tag, wo die dann hier in Korrosion mit den Steinen anmachen und das Ding uns die komplette Basis zerschießt kann man ja eigentlich auch Shift drücken und boosten oder so Nitro ja, mach mal deinen Schubregel an deinem Hut auslauf, volle Pulle drück mal den Sprung knapp los da ist doch Harz ich setz mal kurz zurück wir hätten nur 5 Meter laufen müssen ja dann raus mit dem Rüsseltier ach, was willst du mitnehmen? ja klar nehm ich das jetzt mit wir müssen ja auch Dreck sammeln und du brauchst Harz für dein, äh, wie hast du das so schön genannt? äh Kanister für den Dreck? ne, keine Ahnung ich hab meinen dritten Kanister aber schon ach so, warum sammle ich denn hier Harz? ja, pfff sag du es mir ich weiß es doch auch nicht ach, im Zweifel für Erweiterung der Basis lol, ich glaub unser Auto ist kaputt wieso? dein Cockpit steckt bei mir im Boden hm warte, ich bau dich aus das ist ausbaufähig so, da bist du wieder, fahr los ja, warte da muss ich schon wieder hier schäfchen zocken fahren zack, da klappt doch ein sammel doch perfekt ha ich könnte ja ein Mechatroniker werden mecha 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 oh god die Witze wäre noch nicht besser wenn du das machst, darf ich das auch so so los geht's auf in fremde Welten ja, ich bring mal eben erstmal das Harz weg huah auf geht's ach so das war gar nicht Tab was ich gedrückt hab deswegen ging das auch nicht naja, Zeit sich zu besaufen aha ist das so schlimm? ich mein, wir haben ja schon 5 vor 6, ja da kann man sich schon mal ein Stückchen Wasser gönnen ja kann man wohl so wo ist hier Kollege Klapperkiste guck mal, also dein Kollege dahin ist sportlicher unterwegs als du ich würd mich mal schneller drehen ich hab gehört, wer keine Leistungszeit wird wegrationalisieren und das möchtest du doch nicht, oder? Sebastian hat hier keine Gnade bei den Forschungskisten nee aber auch hier mit unserer geilen ach guck mal, soll ich jetzt mal den Pustaretti erforschen hier? die mittelgroße Windturbine den Mann? die Windturbine, Mann die Windturbine, ja klar, Mann Pustaretti guck mal, ich kann ihn mehr, ey so, die können wir doch jetzt bestimmt auch hier erzeugen ja, ja, bestimmt wir brauchen irgendwas um über die Nacht zu kommen Aluminium, ja komm, hier zack Läuft, baut 20 Stück von den Dingern hat er direkt der ganze Palette abgebaut haben wir ey, Robin stand hier nicht mal ein Ding drauf? wo? wo ich jetzt gerade steh was für ein Ding? hier, komm mal zu mir komm mal bei mich bei ja warte, ich baue hier mal eben den Pusti ja, kann nicht sein, wo ist das Ding weg? kann doch nicht wahr sein was ist wo? hier, stand doch mal was drauf, oder? ja, das ist doch der hä? hier, wo ich jetzt drauf steh ja hier war doch mal ne Maschine ne, da ist das, äh, da ist doch ne Maschine hey, bei mir ist da nicht mach mal bitte jetzt den Multistream an ach du Kacke, jetzt muss ich hier erstmal gucken ja, ich, ne du kannst jetzt denken, ich bin bekloppt oder so ich weiß es ja nicht aber, das kann ja wohl jetzt klar sein Multistream, das Chameleon wir auch, Layout 4 ja, so so, erstmal überall die Fresse halten Taste drücken ja, okay bei dir ist dann da halt keine Maschine das ist auch in Ordnung das ist okay ich bin zufrieden so, wollen wir jetzt hier mal unseren was auch immer das ist abbauen hier hä? ja, hier unser Energiespeicher-Windturbinen-Geräte-Teil von mir aus hier ist das Dachs oh, so viele, äh, Bräute sag ich schon Leute, hallo wunderschönen guten Abend so viele Bräute wenn sie was jetzt schweben überall, du ich hoffe mal, das Ding bringt jetzt was können wir nicht da drauf stecken? ich hätte das jetzt irgendwo hingebaut, wo wir auch tatsächlich dann Lagerplatz von haben okay also so, hier ach, Hauptsache, die Windturbine produziert schon, ne? wo? ich hab die gerade im Drucker produziert und die steckt noch im Drucker drin, erzeugt aber schon mal Energie Tatsache, du bist engagiert ja, du bist dabei das ist Motivation, meine Damen und Herren ja, das Ding kann ja alles guck mal, und hier dreht es sich langsamer das will richtig ja, ich glaube, man darf die nicht in die Mitte der Anlage bauen ich glaub, man muss die so am Rand aufstellen ich wollte gerade sagen, lass die mal da, wo sie richtig schön Pfeffer kriegen ja geil ja, nice die Solarmodule müssen wir in die Mitte bauen und diese Windkraftwerke eher so am Rand die Solarmodule in die Mitte in den Schatten und die Windturbinen nach draußen so gehört sich das ähm wir brauchen echt mehr Akkus, das geht so nicht ja, warte mal, jetzt ist Nacht oh, jetzt, jetzt beweist ich hier, da Nacht heißt nicht die ja der eine dreht sich schon nicht mehr, warum nicht? nur weil es jetzt dunkel wird, heißt es nicht, es wird kein Lüftchen mehr doch, nachts ist kein Wind jetzt, jetzt ist es stockdunkel, der andere dreht sich auch nicht mehr ja was ist das denn für eine Verarsche oh hey, ich hab grad, ich hab grad Leitungseinbrüche, warum? Frechheit ich glaub, es hackt was ist denn hier los, warum drehen, warum passiert hier dunkel nichts mehr? guck mal, im Spiel dreht sich der Ventilenti nicht mehr und ich hab hier zuhause auch keinen Strom mehr siehste, Robin geht ins Kacke die Batterie ist auch leer, toll das Projekt scheitert wo ist die deine... wir haben schon wieder 1500, ne? hier, guck, dann sparen wir doch jetzt auf das Ding, oder nicht? ja, also im Energiesektor haben wir jetzt eigentlich fast alles erforscht bis auf den mittelgroßen Generator, aber ich weiß nicht, ob wir den brauchen ich weiß, wir haben genug Strom, klar wir schwimmen in Energie also ich hätte ja schon gerne ein großes Lager, ne, ein großes Lager find ich geil wo hast du das Lager denn hier, was auf der Mitte gestöpselt war, hingetan? das hab ich irgendwo an den Rand gestöpselt ja, und was ist denn mit den Klamotten, mit dem Windrad, der Solarding und so, dass da alles hängt? ja, das ist ja Kleinscheiß, das braucht man ja nicht dann steck ich das ja in die Station kannst du, ja steck, oder steck's ans Fahrzeug oder so ne, wir brauchen ja jeden Platz für Zeug okay so boah, jetzt lädt sich tatsächlich hier wieder der Akku ach, weil die Windturbinen jetzt wieder dröseln ne, ernsthaft? ja, guck, hier ach du Scheiße der Strom reicht sogar noch, damit der Akku voller wird ist ja ein Ding Alter, dass mein Manikin morgen noch Luft kriegt, mein Ding hat voll den Knick im Schlauch das hat irgendwie nicht so richtig da, so an der Kante, wenn du jetzt auf die Schulter guckst voll den Knick in der Optik ja, ja, ach irgendwas ist ja immer ja, wer muss auch schon atmen, das wird übergewertet kannst du ja mal kurz Luft anhalten, wenn du den Mund drehen, äh, wenn du den Kopf drehen musst das ist ja, jetzt ich das ist ja, jetzt das ist ja